Es sind noch etwa zehn Wochen bis zum Piztal Alpine Glacier Trail. Dort werde ich ca. 45 Kilometer und 2800 Höhenmeter laufen. Mein bislang längster Lauf. Ich hatte mir dafür fest vorgenommen, smart zu trainieren und langsam mein Trainingsvolumen zu steigern. Nun war es an der Zeit, die Höhenmeter langsam anzupassen. Ich habe mir jetzt diese Woche vorgenommen, über 1000 Höhenmeter pro Woche zu laufen. Bislang hatte ich dafür meine Höhenmeter ausschließlich in meinem Long Run am Wochenende absolviert. Gleichzeitig wollte ich mein Trainingsvolumen nicht mehr nur an einem Tag in der Woche konzentrieren. Ich musste also eine neue Strategie finden, die Höhenmeter aufzuteilen. Jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr Höhenmeter auch unter der Woche sammeln. Nicht nur am Long Run am Wochenende. Und dafür mache ich Bergsprints heute. Wahrscheinlich vier oder fünf mal fünf Minuten. Ich habe mir schon einen Berg rausgesucht. Und jetzt wird es aber erstmal was zu essen. So, ich bin jetzt hier angekommen, wo ich meine Intervalle machen möchte. Meine Bergsprints. Und es ist wunderschön, aber der Weg ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet dafür. Ich muss jetzt gleich mal schauen. Ich hatte nämlich einen Punkt gesehen, wo es recht steil nach oben geht. Etwa 50 Höhenmeter. Aber ja, so sieht gerade der Weg aus. Wenn man es Weg nennen kann. Aber schön ist es. Also der Teil von dem Trail war überhaupt nicht dafür geeignet. Ich hatte jetzt gerade das erste Teil mal hinter mir. Und jetzt suche ich mir noch einen anderen Teil von dem Trail etwas weiter oben. Schauen wir, ob es da besser wird. Sonst muss ich mir noch irgendwas Neues ausdenken heute. War der Weg um einiges besser. Ist leider eine langweilige Fahrstraße, aber gut. So, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie viel der Intervalle es war. Aber ich habe mal nachgeschaut auf die Höhenmeter. Und ich habe schon 215 gemacht. Und ich wollte so 250 machen. Deswegen mache ich jetzt noch eine Runde, worin ich echt keinen Bock mehr habe. Ich habe es geschafft. Der letzte Setzintervall war tatsächlich das Beste. Das ist doch gut. So soll es sein. Aber ich habe echt gemerkt, dass meine Beine haben richtig lang gebraucht, um warm zu werden. Ich glaube, das Warm-up war viel zu kurz. Das mache ich nächstes Mal definitiv länger. So, jetzt geht es wieder heim. Oh, jetzt geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. Ein schlechter Ausblick hier, hinten sieht man den Wendelstein und da ist die Frecherspitze. Da geht es heute aber nicht hoch. Ich komme gerade aus dem Tal und gehe jetzt noch hoch bis zur Freundenreichkapelle und dann rüber ins Tal vom Bodenschneid. Mein Ziel ist es heute 800 Höhenmeter zu machen. Dann habe ich nämlich mit meinen Intervallen diese Woche etwa 1050 Höhenmeter und das ist dann genau das, was ich auch erreichen wollte diese Woche. Ich finde es echt ganz praktisch, die Läufe jetzt ein bisschen aufzuteilen. Dann habe ich nicht ganz so einen Stress, so viele Höhenmeter in den Long Run zu machen. So, ich bin oben. Das ist wirklich wunderschön. Super ruhig. Hier ist echt kein Mensch weit und breit. Ich bin vielleicht noch zwei, drei Gruppen Wandern begegnet. Wer nicht. Ich versuche eigentlich immer antizyklisch zu gehen zu den Wandergruppen am Wochenende. Das heißt entweder sehr früh morgens oder nachmittags abends. Heute war ich das erste Mal diese Saison ein bisschen später am Nachmittag unterwegs. Ich glaube, ich bin so um etwa halb vier losgelaufen in Fischhausen und es ist auch mal schön. Das ist irgendwie eine ganz andere Stimmung. Fast ein bisschen Sonnenuntergangs-Vibes, auch wenn die Sonne nicht untergeht zum Glück. Und das ist wirklich ruhig. Jetzt bin ich gerade noch wirklich, wirklich unangenehmen Weg gelaufen. Das war irgendwie ein bisschen nass und voll mit Schlamm und Stein. Aber jetzt sehe ich das Bodenschneidhaus schon hinter mir und das heißt, ich kann es gleich einfach runterlaufen. Hat sich jetzt am Ende doch noch ein bisschen gezogen, so jetzt bin ich fast unten. Noch etwa vier Kilometer. Das hat doch alles heute ein bisschen länger gedauert als gedacht. Es war zwar mega ruhig, aber die Wege waren heute einfach irgendwie nicht so gut, die ich ausgewählt habe. Das meiste war nicht wirklich laufbar leider. Aber ich glaube, das ist auch ein gutes Training, um auch da alles einfach durchzuhalten und durchzuziehen. Genau. Und jetzt bin ich gleich unten. Das war's für heute. Guten Morgen. Martin und ich sind unterwegs auf den hohen Ziegspitz. Martin hat uns eine Strecke gebaut, die es richtig in sich hat. Martin, was hast du auf dem Plan für uns heute? Auf dem Plan steht, einmal hoch zum hohen Ziegspitz zu laufen und dann runter bis ganz afghanisch. Dadurch ergeben sich ca. 1500 Höhenmeter auf 22 Kilometer verteilt. Und das passt ganz gut, weil das ungefähr die Hälfte ist von unserem Trailrun. Deswegen nehmen wir das heute mal fest, wo wir eigentlich stehen. Genau. Es gibt auch zum Glück einige Auswege, wo wir im Zweifel abkürzen könnten. Die wir hoffentlich nicht brauchen. Aber mal schauen. Ausicht ist schon mal super. Ausicht ist toll. Jetzt geht's den letzten Anstieg hoch zu unserem ersten Gipfel. Und es ist schon zäh. Aber fast haben wir es geschafft. Und dann sollte es eine sehr schöne Aussicht geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein kurzes Update. Quand. ZurOU raus kann man sehen. Sieht so verrückt, überall Jan. Die Isar sieht aus wie ein Dschungelfluss. Diese Trails sind komplett überflutet. Das macht echt gar keinen Spaß. Ich war jetzt seit dem sehr langen Lauf mit Martin noch einmal kurzlaufen, so fünf Kilometer. Danach sollte eigentlich das Training weitergehen. Allerdings habe ich dann noch eine FSME-Impfung gemacht, die mich komplett aus dem Leben geschossen hat, was ich nicht erwartet hätte. Ich hatte Schüttelfrost und Fieber, war sehr unangenehm und hat mich zum Trainieren eingeladen. Deswegen habe ich dann erstmal meine ganze Trainings nach hinten geschoben, nichts gemacht, ausgebucht. Jetzt bin ich wieder auf meinem ersten Lauf, heute Samstag. Es läuft aber auch wieder gut, also die Herzfrequenz ist auch nicht zu weit oben, das fängt sich alles wieder in Not. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht einfach direkt mit meinem Trainingsplan weitermachen, sondern erstmal wieder langsam das Training ansteigen lassen. Guten Morgen aus meiner Restweek. Ich bin gerade auf Corfu, mache Urlaub. Also der perfekte Zeitpunkt für eine Restweek. Entspannen und ein, zwei kleine Läufchen machen. Das mache ich jetzt auch gerade, es ist recht früh, es sind ungefähr acht. Da ist es hier noch sehr schön angenehm draußen, es ist nicht zu heiß. Ja und das Abgefahrene ist, nach dieser Restweek diese Woche geht dann schon mein letzter großer Trainingsblock los für den Pizztalauf. Das heißt, so langsam wird es ernst. Hi, es ist Dienstagabend, so circa halb acht. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher losgehen, aber die Regionalbahn, die ich gerade Richtung Schleswig genommen habe, ist genau eine Station vorher stecken geblieben und es war irgendwie 20 bis 30 Minuten, stand es einfach nur rum. Aber dann geht es immer weiter und jetzt sind wir da, endlich, und es kann losgehen. Und mir ist so warm, es war so verdammt warm in dieser Regionalbahn. Ja, jetzt ist schon wieder ein bisschen besser. Leichter Wind, ich sehe gerade hier die Sonne schon, leicht untergehen. Ja, jetzt geht's los. So, ich drehe jetzt wieder um. Ich wollte eigentlich sechsmal Schülmeter machen, habe jetzt aber nur 500 gemacht. Aber mir rennt ein bisschen die Zeit davon, um noch meine Bahn zu erwischen. Und ich will die auch gar keinen Fall verpassen. Deswegen geht es jetzt wieder runter. Aber es war so schön, richtig gut ein bisschen den Sonnenuntergang mitzukriegen in den Bergen. Es ist so richtig ein Sommergefühl für mich. Spät am Abend noch laufen zu gehen in den Bergen mit Sonnenuntergang. Das ist das ultimative Sommergefühl. Mein Ziel, mehr Höhenmeter pro Woche zu machen. Ich habe mich in zwei Schritten genähert. Schritt 1 bestand in Bergintervallen. Mit den Intervallen konnte ich Easy zusätzlich ein paar hundert Höhenmeter unter der Woche sammeln. Schritt 2 bestand darin, einen weiteren Trailrun in meine Trainingswoche einzubinden. Diesen zweiten Trailrun versuche ich kurz zu halten. Bislang beschränke ich mich auf ca. 600 Höhenmeter von Montag bis Freitag. Mit meinem Long Run am Wochenende komme ich ganz leicht auf über 1000 Höhenmeter pro Woche. In letzter Zeit konnte ich mein Volumen durch zwei Trailruns pro Woche sogar auf bis zu 2000 Höhenmeter erhöhen. Habt ihr Tipps, wie man am besten sein Trainingsvolumen steigert? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ciao!